Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist awesome. Hallo meine Bäumchen. Schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen in Hamburg. Das ist meine Heimat. Das ist gar nicht so verrauschend, oder? Surprise! Und ich befinde mich heute vor dem Casino und gehe heute socken. Nein, wir gehen ins Kino, oder? Ja, auf jeden Fall. Herr Klugschäuser? Schlaumacher. Genau, du bist Schlaumacher, nicht Klugschäuser. Das muss ich nochmal überlegen. Okay, dann mag ich den nicht mehr. Tschüss. Es ist kalt, mein Gehirn ist eingeworren. Rain-freeze. Jetzt gehen wir gleich ins Kino. Jetzt warten wir noch auf den Shuffle. Den Schnuffel-Shuffle-Tom. Und ich sehe hoffentlich heute Chris-Helms-Roder. Ich versuche mich gerade auszutreten. Oh mein Gott, ich habe Chris gesehen. Hast du gesehen? Ja, das ist Chris. Er hat kurze Haare. Er hat kurze Haare. Oh, es hat beautiful hair. Es ist sehr, sehr kurz, aber ich liebe es. Es ist sehr mannlich. Es ist sehr mannlich. Danke. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ich bin voll gechillt. Alles gut. Alles gut. Ich habe Chris gesehen. Ist alles okay. Entschuldigung, ich filme. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist awesome. Und jetzt gehen wir den Film gucken. So ladies and gentlemen, please find out how popular they are. Einen riesen Applaus bitte für unsere weiblichen Nachstellerin, Emily Blunt! Ladies and gentlemen, please not forget, Mr. Chris Hemsworth! Vielen Dank! Danke! Dankeschön, Herr Elzner! Dankeschön, Herr Charif Belos! Dankeschön, Herr Kuhfrau! Und so macht mich leid, dass ich heute nicht dabei sein konnte. Ich habe mich wahnsinnig auf diese Social Movie Night und auf meine länglichsten Gentle Nerds aus Hamburg gefreut. Aber das Leben ist kein Ponyhof. Draußen hagelt es und hier drin sind über 40 Grad. Ich ärgere mich auf jeden Fall, denn ich glaube, dieser mega geile Eistrohn hätte meine Temperatur unterkühlen können. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal die Gelegenheit und wir sehen uns irgendwann auf jeden Fall noch. Euch wünsche ich jetzt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß bei Emily Huntsman im V.I. Screen. Eins, zwei, drei! Gute Werbung heute! So, meine Bäumchen, ich werde da gleich irgendwas reden, labern. Ich werde gefilmt, mal gucken, was da passiert mit mir. Ich bin voll dunkel, ich muss mal Licht haben. Ah, Licht, hallo! Ich muss wahrscheinlich gleich in die Kamera gucken und ins Mikro sprechen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Guck mal, was ich gefunden habe, wer sich nach Hamburg verlaufen hat. Mich gefunden! Jaaa! Ich freue mich vor, dass du da bist. Äh, warum hast du den ersten nicht gesehen? Weil ich durfte kühlen. Ja, bist du wirklich? Aber ich werde es nachholen. Perfekt! Ich auch nicht! Hast du das gehört? Nein! Kannst du ja später nachsehen, was ich gesagt habe. Ach so, mach mal Musik aus. So, meine Bäumchen, das war es jetzt. Tom fährt mir jetzt nach Hause. Was? Und Feierabend. Tschüss!